In FIFA 15 könnt ihr den Gegner nicht nur mit spektakulären Dribblings in die Irre führen, sondern auch mit Tricks wie dem angetäuschten Schuss. Nutzt diesen Trick am besten, um eine Flanke anzutäuschen, damit ihr freie Bahn habt, um einen Pass zu spielen. Oder geht dem Gegner mit dieser Aktion so lange auf die Nerven, bis er total vergisst, an die anderen Spieler zu denken. Um den angetäuschten Schuss im Stand anzuwenden, klickt kurz L1 bzw. LB, um zu stoppen, haltet dann LT bzw. L2 gedrückt und macht eine normale Schusstäuschung, indem ihr erst die Schusstaste und direkt danach die Pass-Taste drückt. Den Trick könnt ihr überall einsetzen und auch vor dem Tor lässt sich für ordentlich Verwirrung sorgen. Wir wünschen viel Spaß beim Üben.